Hallo Therap-Kids, mein Name ist Marie-Laurence Jungfleisch, ich bin mehrfache deutsche Meisterin im Hochsprung und konnte auch bei den letzten Obermeisterschaften den dritten Platz erreichen. Ihr sammelt ganz fleißig schon seit zwei Monaten mit dem Fitnessarmband Schritte. Jetzt kommen wir zum Endspurt, wo ihr noch einmal alles geben könnt. Um mich bestmöglich auf die Wettkämpfe vorbereiten zu können, traine ich fast jeden Tag und komme auf 15.000 Schritte täglich. Das sind so circa 10 Kilometer am Tag und in der Woche so 70 Kilometer. So, jetzt meine Frage an euch. Wie viele Kilometer schafft ihr in einer Woche? Also gebt diese Woche noch einmal alles und sammelt Schritte, was das Zeug hält. Die Klasse mit den meisten Schritten bekommt einen Überraschungspreis. Also, let's go!